Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map Version 1.9 ohne Gräben. Wir fangen eine neue Aufnahmesession an. Wo bin ich denn? Feld 3. Und deshalb muss ich natürlich erstmal meine Fahrzeuge alle hier wieder an den Start bringen. Und ja, mal gucken. Na ja, gut. Das Feld braucht noch ein bisschen, wie dem auch sei. Leute, heute ist mein letzter Arbeitstag. Und dann habe ich Ferien. Unfassbar. Unfassbar. Und ich sagte es ja schon in den anderen Folgen, ich kann noch nie absehen, wie weit ich komme mit der Voraufzeichnung hier von allem. Und daher kann ich aber noch nicht sagen, ob ich jetzt hier in den Ferien meinen normalen Rhythmus einhalte. Das muss ich mal schauen. Ich versuche das, aber ich kann es echt noch nicht sagen. Oh. Ich muss da wirklich mal gucken. Ich muss da tatsächlich gucken, wie ich, wie ich klarkomme. Und ob ich da auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Ich kann jetzt einfachen gehen. Werden wir jetzt hier mal die Milch los? Ja, wir werden die Milch los. Ist ja der Wahnsinn. 32. Ich muss unbedingt mal hier... Unbedingt mal Ordner erstellen. So, der hier steht an Feld 32. Das ist gut. Da soll er auch stehen. Ich muss hier erstmal Ordnung reinmachen. Ja, okay. Der kann natürlich nicht fahren. Ist klar. Und mit dem machen wir jetzt mal die neue Sämaschine ab. Ah, der kommt gerade von Feld 4. Da muss er auch wieder hin. Wollte gerade sagen, den kann ich ja jetzt hier anhalten. Aber nee, Feld 4 ist immer lange nicht fertig. Oh Mann, wieso haben die dann alle keinen Sprit mehr? Gibt's ja gar nicht. Jetzt müssen wir erstmal Saatgut und Dünger hier auffüllen. Moin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann, der Träger so empfindlich, unglaublich Okay, it's Puma! Ach, Quatsch Okay, der soll aufgetankt werden und aufgefüllt Tanken wir den doch jetzt erstmal auf Wir haben ja nicht umsonst hier die Tankstelle aufgefüllt So, ich hab mich entschieden, dass wir bei der nächsten Ernte nochmal ein bisschen Mais häckseln Und zwar hier unten Silo voll machen Ein bisschen zu weit gefahren So, ich mach mal voll Komm, wir ruhig zugucken, die müssen wir eh gleich Oh, ich wollte hier auch vorwärts So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen Saatgut einfüllen Dann machen wir hier aber richtig schön was draus Das wird schon gut Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ich fahren muss Okay Aber zum Glück keine Fruchtzerstörung drin, damit ist ja alles okay So, der muss auch aufgefüllt werden Ah, wo steht denn der hier? Feld 14 Und genau der hat nämlich noch gar keinen Wagen Oder? Nee Jetzt muss ich erstmal gucken Jetzt muss ich erstmal hier in den hier Ich muss eben was gucken, habe ich da hinten noch einen Überladewagen? Ja, habe ich noch Okay, alles klar Okay, alles klar Das geht hier alles, das ist doch schön. Das geht hier alles, das geht hier. Oh, wieso kriege ich das hier jetzt nicht aufgeladen? Das ist doch ätzend. Okay. 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 Wie muss ich das jetzt deuten, hier diese Ansicht? Okay. 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 bin zu doof dafür bin zu doof für das spiel ich kann ihn hier nicht auftanken bin da zu doof der ist fällig um auf tour zu gehen der muss aufgefüllt werden jetzt nur noch ein saadgut auffüllen das ist Hm, werde ich nicht schlau draus. Egal. So, ab Pfarrer einstellen und der muss aufgefüllt werden, der ist auf Feld 3, ja, das ist sehr schön, dass der da ist, dazu muss ich mir aber erstmal den, den da holen. So, ab auf dem Weg, dann kommt es auf dem Weg, dann kommt es auf dem Weg, dann kommt es auf dem Weg. das war bald fertig mit dem dreschen der ist auf jeden fall fertig okay der wartet sehr schön oh man das ist okay Okay. So. Oh, wir überziehen. Meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ihr wisst das. Unterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Unterstützt ihr mich mit. Besucht mich bei Facebook. Besucht mich auf meiner Homepage. Macht irgendwie sowas in der Art. Würde mich freuen. Und ich versuche im Gegenzug hier, das alles so zu veröffentlichen, wie es irgendwie geht. Ich bin ja jetzt mal wieder hier zu doof. Wahrscheinlich, um das hier zu machen. Erstmal muss hier dieses blöde Cosplay-Fenster weg. Naja, wie dem auch sei. Ich verabschiede mich erstmal von euch. Und ich hoffe, dass ihr zur nächsten Frage wieder einschaltet. Tschau.